Herzlich willkommen hier zurück auf dem Geo-Reference-Kanal. Heute wollen wir uns ein paar Referenzen angucken, auch aus dem Jahre 2002, und zwar vom Kommando-Spezialkräfte, die dort gemeinsam mit den Navy Seals unterwegs waren. So, dann gehen wir mal direkt rein. Und zwar hier Bilder von dem Einsatz in Prat-Agar, also diesem kleinen Dorf, wo die Seals und das KSK zusammen in Hubschrauber hinverlegt haben, außerhalb der Ortschaft, und dann zu Fuß den Weg zum Zielobjekt angetreten haben. Hier jetzt, nachdem das gesamte Objekt genommen wurde, wie man sieht, es liegt auch noch Schnee, es war sehr früh am Morgen, kurz nachdem die Sonne aufgegangen ist oder noch dabei ist aufzugehen, und die zwei Kameraden wärmen sich hier an einem kleinen Feuer. Ja, überall um das Dorf herum wurden dann natürlich Security-Spots eingerichtet, wo sich einzelne Soldaten aufgehalten haben, um dann das Gebiet erstmal zu sichern, solange wie halt noch die SSI läuft, also die Sensitive Site Exploration, oder Exploration, also auf jeden Fall der SSI, ich schreibe es nochmal sonst mit runter, wo man halt versucht, möglichst viele Informationen zu sammeln, Computer zu finden, Waffen zu finden, etc. So, was haben wir denn jetzt hier? Und zwar sehen wir hier in diesem Bereich einen Berghaus-Rucksack, der ganz normal Standard damals schon beim KSK war, 110 Liter, müsste Cyclops Atlas II heißen, glaube ich, oder Atlas Cyclops II, irgendwie so rum, habe ich auch selber lange, lange genutzt, ist ein super Rucksack. Hier der andere Kamerad sitzt hinten drauf, leider ist die Qualität nicht die beste, wir können aber erkennen, dass hier eine Tomfemillweste getragen wird, die kann mit Schlemmkreide versehen sein, gehe ich jetzt mal sehr davon aus, damals Westen zu finden, die in Wüstenflecktaren waren, war äußerst schwierig, deswegen wurde alles auf jeden Fall mit Schlemmkreide bearbeitet. Hier am Rinden trägt er noch eine Krasche, die ist noch ein bisschen schlechter zu erkennen, die könnte aber aus dem Satz Rettner und Befreien sein, und zwar eine Ladungstasche, die für das Carstar selbst hergestellt wurde, auch vom Carstar, und wo denn Ladungen drin transportiert wurden, sieht man auch auf anderen Bildern, ist aber nur eine reine Vermutung. Hier an der Seite sehen wir noch Kabelbinder vorbereitet, vielleicht um noch jemanden festzunehmen, etc. Weil auch hier in dieser Mission war, ein High-Value-Target festzunehmen, was leider nicht vor Ort war, aber es konnten dennoch gute Informationen gesammelt werden. Dann gehen wir mal weiter, und zwar haben wir hier das nächste Bild, auch aus dem Komplex, und wir haben hier vorne einen Angehörigen vom Kommando Spezialkräfte. Wir sehen hier sehr schön das G36K, vorne Laser-Licht-Modul angebracht, hier oben, das müsste das EOTEC 551 sein, mit dem kurzen Batteriefach, die Person sehen wir auch noch auf einem anderen Bild, wir haben hier wieder diesen Schemach oder Schechmach, oder wie auch immer das jetzt ausgesprochen wird, der getragen wird, und wir sehen hier den Rückengurt und die Schulter, die Schultergurt eines Arktis 4-2-Romando Chestrix in DPM, sehen wir gleich nochmal schön von vorne. Hier die Knieschoner, das sind wahrscheinlich vom Modell Alta, leider sieht man auf keinem Bild das Label, die haben das immer außen mit dran gebracht, gibt es die frühen Versionen, die halt nur mit Klett sind, oder die späteren zum Einhaken. Das Modell von Alta war auf jeden Fall dienstlich geliefert innerhalb der Bundeswehr. Hier sehen wir ein schwarzes Holster, das dürfte von Intel Industries sein und auch aus dem Retten- und Befreien-Kit stammen. Und dann haben wir hier die ganz normale Feldhose und die ganz normale Feldbluse, was heißt ganz normal, das ist ein sehr frühes Modell aus dem Jahre 2000, und zwar sind die von der Farbe noch ein bisschen dunkler, und auch von der inneren Verarbeitung als die späteren. Dann haben wir hier ein Bild von außerhalb des Dorfes, und zwar haben wir hier ganz schön den Operator, der seinen Kameraden sichert, der hier vorne mit der P8 in der Hand ist und den LKW durchsucht. Gehen wir mal auf den Kameraden hier ein. Sehr wahrscheinlich hier das erste Modell der Tropenstiefel, also das ist das allererste, da gab es ja auch Versuche, aber quasi von einer breiten Masse eingeführten. Das dürfte denn das Modell von Baltes sein. Ich sage es gleich dazu, bei Schuhen, Stiefeln bin ich nicht der übelste Experte. Gerade aus der Zeit denkt es vielleicht nochmal einen, der so einen kommerziell hergestellten Stiefel anders erkennen wird als ich, aber bitte da in die Kommentare schreiben. Was ist denn hier noch besonders? Wir haben hier am G36 auch wieder das kurze Neotech, vorne Laserlichtmodul, hier zwei Magazine, die zusammengekoppelt sind und unten wieder mit so einer Zughilfe versehen wurden. Hier das Modell von dem eigentlichen Kameraden mit dem Mecklenkoch-Durmgriff. Hier sieht es nicht so aus, als ob das der RIS-Handschutz getragen wird, also das RIS mit den ganzen verschiedenen Anbaumöglichkeiten, sondern hier sieht es eher aus, als ob es der Standard G36K-Handschutz aus der damaligen Zeit ist. Und da wurden dann extra Aufnahmen angebracht. Was ist ansonsten auffällig? Und zwar trägt der Soldat die Feldmütze in Wüstentarn. Das ist relativ selten. Ich weiß gar nicht, ob die damals zu der Zeit noch dienstlich geliefert war. Irgendwann gab es dann auf jeden Fall nur noch den Gruppenhof. Für den Afghanistan-Einsatz. Was ist noch besonders? Das Holster können wir leider nicht erkennen, aber wir erkennen den Parka. Hier sehr markant das Innenleben, was sehr hell ist. Und zwar handelt es hierbei um einen Parka aus einem Truppenversuch. Den kann man sich auch nochmal besonders angucken. Und das war auch das Modell, was viele Parka-Soldaten hatten, aber auch umgeändert haben zum Smog. Also sich umschneidern lassen haben, wie das damals noch so gang und weg. Gebe war, bevor es den dienstlichen Smog in Wüstentarn gab. Der ist 2002 auch eingeführt worden. Aber diese Bilder hier sind aus dem Januar. Und ich gehe davon aus, dass der da noch nicht zur Verfügung stand. Und man deswegen noch sich so beholfen hat. Hier die Handschuhe können wir schon ein bisschen erkennen. Und zwar ist das der Star Star Peace- und Schutzhandschuh. Der unterscheidet sich nur wenig von dem US-amerikanischen Flyers Glove. Also auch der hier ist flammhemmend und hat aber das Innenleder in Schwarz. Und der Dienstmüt gelieferte von den Amerikanern hat das Innenleder in Brau. Was sehen wir noch? Das geschulte Auge erkennt hier ein schwarzes Chestrick. Und zwar ist das ein äußerst seltenes Stück. Was auch zum Retten und Befreien Satz gehört. Also zu diesem Schwarzzeug, wie man früher so gerne gesagt hat. Und zwar ist das ein Custom von Eagle Industries, was extra für das ASK hergestellt wurde. Für Doppel-G36-Magazine. Das Grundmodell für M4-Magazine gab es grundsätzlich auf dem Markt. Auch für MP5 etc. Aber das hier ist speziell für das G36. Beim anderen Kameraden, da können wir leider nicht viel erzählen. Also außer, dass der auch wieder Waffen trägt, die auf jeden Fall mit Schlemmkreide bearbeitet wurden. Aber dafür reicht die Qualität leider nicht aus. Gehen wir mal zum nächsten. Hier ein Bild aus dem In-U. Hier oben, so wie es aussieht, noch die Bewohner des Ganzen. Und jetzt ist hier natürlich der Gear Overkill. Mit so viel, was wir hier sehen können. Wir gehen erstmal zu dem Kameraden hier vorne. Und zwar ist das der, den wir vorhin in der Rückansicht hatten. Hier mit dem 4-2-Commando Chestrick. Darüber habe ich übrigens auch mal ein Video gemacht. Den Link haue ich mit rein. Den EPM, der sich gerade nach was bückt. Hier vorne ist der Kamerad von gerade eben mit der Feldmütze und dem Parker. Hier sehen wir nochmal sehr schön die warzen Gurte vom Chestrick. Dann haben wir hier hinten weitere Kameraden, die recht schwer zu erkennen sind. Bei diesem hier könnte es sich durchaus um das Kajak-Chestrick vom Kars zu handeln. Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht. Den Link haue ich auch mit rein. Weil das so mal erkannt vorne diese großen Taschen hat, wäre also... durchaus möglich. Dann haben wir drüben noch jemanden, der die schöne Mischung trägt aus einer Wüsten-Tarnhose. Mit einem Fleck-Tarnjacke würde ich fest sagen, dass das der Smog ist. Vielleicht haben wir den gleich auch nochmal auf einem anderen Bild. Und von den Taschen und dem, was man so minimal erkennen kann, sieht es aus wie die Standard-Mampf-Mittelweste. Wir gehen weiter rüber. Und zwar haben wir den Kameraden hier, der nochmal so eine Beinfasche trägt. Entweder ein Holster, ich weiß gar nicht, ob man den nochmal sieht. Oder aber auch ein Full-Touch für quasi EOD etc. Wo nochmal Hoolen-Pflichten drin sind. So ein Modell mit diesem Aufsatz, so wie es hier auf jeden Fall im ersten Moment scheint, gibt es jedenfalls. Zum Beispiel von London Bridge Trading war auch bei den Steals im Einsatz. Aber der trägt auf jeden Fall die normale Kampf-Mittelweste. Was hier noch speziell ist, die Vortex ECWS-Jacke der Amerikaner in Three-Color-Rizard. Da gehen wir nochmal ein Stück weiter rüber. Und zwar haben hier zwei Kameraden, die die normale Fleck-Tarn-Einsatz-Kampfhose tragen. Was sage ich da normal? Normal ist die nicht. Und zwar ist das die erste Version. Die unterscheidet sich deutlich zu den späteren. Werde ich aber im nächsten Video mal drauf eingehen. Was wir hier noch erkennen können, ist, dass wir hier einen modifizierten Smog haben. Also beziehungsweise einen modifizierten Feldparker. Ich gehe davon aus, dass dieser hier ebenfalls eine modifizierte Version ist. Und hier sehen wir nämlich die unterschiedlichen Farben des Wüstentarn-Stoffs. Und dass sich die Jacke so zurechtgeschneidert wurde, wie das der Operator wollte. Oder wie das die Kompanie oder wie auch immer wer haben wollte. Hier sieht es ein bisschen aus, als ob da noch ein bisschen Polsterung eingearbeitet ist. Und hier auch schon die Canadian Slotted Buttons. Der Kamerad hier, so wie der, jedenfalls was den Anschein macht, tragen eine Art Weste. Nach britischem Vorbild, also wie vom britischen Race Road. Das kann in diesem Fall eine der Versionen sein, die in Flektarn produziert wurden und jetzt mit Schlemmpferde noch bearbeitet wurden. Oder eben auch eine Version in DPM. Das lässt sich auf diesem Bild leider recht schwer erkennen. Hier drüben haben wir noch die Funde aus dem Waffen-Cachet, die hier der Kamerad gerade nochmal unter die Lupe nimmt wahrscheinlich. Genau, aber das erstmal zu diesem Bild. Hier bei dem Smog bin ich mir auch noch recht unsicher, weil man die Farbe quasi nicht erkennen kann. Nicht das grüne, hier ist es wahrscheinlich auch was, was angemalt oder mit Schlemmpferde bearbeitet wurde. Dann haben wir hier noch ein weiteres Bild aus dem Innenhof. Hier vorne ebenfalls wieder der Femmerat mit der Feldmütze. Und hier sieht man nochmal sehr schön das Chestrick. Hier vorne der Kamerad mit dem 4-2-Commando-Chestrick. Neben hier liegen auch nochmal Rucksäcke. Und dann haben wir hier einen Kameraden, der auch den normalen Femm-Farbflektarn-Smog trägt, aber stark bearbeitet ist mit Schlemmkreide ebenfalls die Weste. Bei der Weste kann man sagen, wie der Aufbau ist und wie die Gurte hier geführt sind, könnte das sehr wahrscheinlich ein Modell der Arctis-Kampfmittelweste sein. Genau, darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Aber ich komme noch mit rein. Hier hinten sehen wir auch wieder jemanden, der möglicherweise das Recken- und Befreien-Chestrick von E.E. Industries trägt. Diese schwarzen Gurte, die sich sehr abheben. Das ist mir schon recht auffällig. Und ich aber auch hier nicht genau sagen, weil die Qualität es halt nicht hergibt. Nächstes Bild. Ein weiteres aus dem Innenhof. Und hier sind gleich ein paar mehr interessante Sachen. Ich fange mal hier im Hintergrund an. Und hier sehen wir ganz schön den dienstlich gelieferten Funk-Tarn-Smog, damals von Survival-Equipment im Einsatz. Hier vorne ebenfalls Smog, aber ein bisschen mit Schlemmkreide abgetarnt, der ursprünglich auch quasi genau das Black-Tarn-Modell ist. Nochmal der Kamerad mit dem Foto-Commando-Chestrick, der Kamerad mit der ECWS-Jacke. Hier sehen wir sehr schön die Funk-Gerätetasche an der normalen Kampf-Mittelweste. Ja, hinten wieder der Herr der Feldmütze. Dann hier ein kleiner Ausschnitt, ebenfalls noch aus dem Innenhof. Was ich hier zeigen möchte, sind einmal schön die Wind-Zoner, die wir erkennen können. Vom optischen Aufbau her würde ich jetzt sagen, dass es wahrscheinlich Altar ist. Und hier die Tasche der Kampf-Mittelweste, darüber habe ich auch mal ein Video gemacht. Link kann ich auch mit reinhauen. Und was wir hier noch sehr schönes sehen, nochmal schön in einer guten Qualität, das kurze EOTEC. Also ich meine, das müsste 5.5.1 sein. Wenn ich mich da vertue, gerne in die Kommentare schreiben. Und hier haben wir den AAC, also den Knights Armament Handschutz, komplett mit Schienensystemen von dem LLM, den Heckler & Koch-Ungriff, ne, ist noch nicht der von Heckler & Koch, ist der auch von KAC. Hier die Plattlösung vom alten LLM-Trigger, um das Licht auszulösen. Und hier das Standard G36-Zweibein, was noch mit angebracht wurde. Dann hier eine Nahaufnahme von einem der zu befragenden Personen. Hier ist auch wieder derselbe Soldat, den wir uns gerade angeguckt haben, mit den Knieklunern und seinem G36. Hier die Jacke, könnte der sein mit der BCWS-Jacke. Hier drüben sehen wir ganz schön, einmal, es dürften die normalen Bergstiefel sein, die damals in dem Schnitt aktuell waren. Kann aber gerne jemand dazu schreiben, der es ganz genau weiß. Und wir haben hier sehr schön die erste Generation der Comando-Hose. Man kann zu erkennen, an dem riesigen Ordura-Ingenieur mit Polster. Würden wir uns gerne mal, wenn es interessiert, im Detail angucken. Und auch hier wieder das G8-Holster von EG Industries. Dann nochmal ein anderer Blick. Hier den Kameraden können wir nochmal gut erkennen, das Or2-Commando, Chestrick in DPM. Hier drüben das Holster. Hier ebenfalls ja, wie vorhin schon mal gesehen, ein Kamerad mit einem selbstgenähten Smog, britischer Waistcoat und die erste Generation Einsatz-Tamphose. Und hier nochmal sehr schön zu sehen, ein Soldat mit der normalen Flektan-Hose, also Einsatz-Tamphose und dem Flektan-Smog, aber eben mit Schlemmkreide bearbeitet. Hier ist es ein bisschen schwer zu erkennen, was genau getragen wird. Also außerdem, dass er noch ein Breacher-Tool trägt, auch wieder hier die KSK-Schieß- und Schutzhandschuhe, haben wir hier ein Chestrick wahrscheinlich und vielleicht hier noch eine Umhängetasche, weil es sieht so aus, als ob die Gurte hier ein bisschen Oliver sind, liegt vielleicht auch nur am Foto und hier nochmal der schwarze Gurt kommt, der zu dieser schwarzen Tasche geht. Ist sehr schwer zu erkennen. Hier vorne die mögliche Magazintasche, so im Schnitt, auch wie es von Arktis damals üblich war, aber das ist eine Spekulation. Dann haben wir hier ein Bild von einem Navy-Fotographer, deswegen auch eine sehr schöne Qualität. Und zwar haben wir hier sehr wahrscheinlich den UUD-Spezialisten, der bei den Navy-Seals-Attached war, also mit angegliedert, der hier nochmal die ganze Munition unter die Lupe nimmt. Hier vorne wieder ganz normal G... Ups. Hier vorne wieder mal das normale G-36, aber wir sehen auch hier das Retten- und Befreien-Chestrick von Eagle Industries. Hier nochmal schön die KSK-Schieß- und Schutzhandschuhe. Genau, hier die Farben vom alten Smog. Dann haben wir hier hinten einen Kameraden, und zwar trägt der sehr, sehr wahrscheinlich eine selbstgeschneiderte Jacke, und zwar aus der Zeltbahn vom österreichischen Bundesheer. Und das ist so ein, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, Steintarn, Gebirgstarn, was hier dann wahrscheinlich zu einem Park, zu einer Jacke umgenäht wurde. Hier drüben nochmal der Kameraden mit der normalen Kampfmittelweste und dem ECWS in Wüstentarn. Auch hier wieder schön die KSK-Schoner zu sehen. Hier an der Multifunktions-Tester, die in den anderen Sport haben wir vorhin schon gesehen, wo hier drüben die Funkgeräte-Tasche ist, hier noch die Mehrzwecktasche der zweiten Generation zu sehen. Dann hier noch ein Bild. Wird sehr wahrscheinlich nicht von der gleichen Operation stammen, vielleicht ein bisschen später, oder vielleicht doch. Hier liegt jedenfalls kein Schnee mehr. Vielleicht sind sie auch schon wieder zurückmarschiert, wo der Abholpunkt war. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal mit reingenommen, weil hier noch was ganz Nettes zu sehen ist. Hier wieder der Gruppenversuchssmog, die normale Kampfmittelweste, der True Commander, Ground Force Commander, wie auch immer vom KSK. Hier ein Swimmer-Headset, genaues Modell, schwer zu sagen aus dieser Sicht. Das ist damals so ein Standardteil gewesen, was beim PRC-148 dabei war. Und ich denke mal, er wird es haben, um sich mit einem amerikanischen Kameraden zu unterhalten und der Kamerad hier vorne, der so klassisch sich so ein Schema um und drauf gebunden hat, Kampfmittelweste. Das ist sehr stabiler zu erkennen. Ich würde sagen, es ist so ein Arctus-Modell, vielleicht ein minimal späteres, weil hier vorne diese gibt es. Oder eben einfach auch nur der britische Waistcoat, der hier getragen wurde, den es auch in Plektan gab. Aber was hier besonders ist, ist das G36K. Wir haben hier das quasi, was jeder kennt vom G36, das ZF, was da mit dran ist, gab es in diesem Satz noch als extra Aufbau, um ihn auf diese RIS-Schiene draufzusetzen, der ebenfalls wieder RIS hatte. Und da konnte man dann noch jetzt das EOTEC anbringen. Das Ganze trägt er mit dem G36-Rommel-Magazin. Wie man auch hier sieht, die Bilder werden kleiner, aber es ist nicht anders zu finden. Das soll von einem Flug sein, nach Agram zurück oder vom Agram ins Einsatzgebiet. Hier sehen wir schön auch einen selbst geschneiderten Smog, hinten die Canadian Slotted Buttons. Wir haben schon diese große Tasche und wir sehen hier nämlich sehr schön in der Rückansicht den britischen Waste-Code. Auf der anderen Seite hier sieht es sehr danach aus, als würde der Kamerad ein britisches PLCE tragen. Also das normale Koppelsystem von den Briten. Das hier, so ein bisschen wie es scheint, könnte das Modell von Arctis sein. Könnte vielleicht auch das Dienstliche sein. Das ist halt ein bisschen schwer zu erkennen. Ich glaube aber Arctis, weil die so einen geschlossenen drücken hatten, die sonst nochmal nachdenken. Hier vorne sehen wir so einen Gregory Spear-Rucksack. Hier ist noch ein Discman. Der Kamerad hier vorne, der sehr wahrscheinlich Schneetan trägt, trägt das Kajak KSK Chestrick von Survival Equipment, markant hier hinten an diesem kleinen Plastikstück zu erkennen. Das war, glaube ich, damals die einzige Version, die dieses Plastikstück erst hatte und im KSK verfügbar waren. Hier noch die KSK-Eingehörigen oder andere, die noch attached waren. Hier so ein Bild von unten von dem Ground Force Commander des KSK. Hier sehen wir sehr schön, dass er auch ein 4-2-Kommando Chestrick trägt von Arctis. Hier an der Seite wahrscheinlich ein bisschen modifiziert mit noch irgendwie einer Kartentasche oder so, was hier rausguckt. Roppel, Ferienrohr. Und hier sehen wir noch einmal, was damals das Swimmer-Headset. Dann haben wir hier noch eine Aufnahme vom Navy-Photographer. Da gibt es auch nochmal den Gegend-Tot quasi, wo die Kameraden die von unten fotografiert haben. Das ist Personal, sind wohl keine Navy-Seals, sondern auch wieder irgendwelches Navy-Zusatzpersonal. Vielleicht sind das auch die Dudes, die die SSI primär mitgemacht haben für die Dokumentation mit dabei waren. Wir sehen hier sehr schön einen Raid-Mod, was noch sehr spannend ist hier am M4, dass der normale Tragebügel mit Visiereinrichtung an der Seite der Waffe mitgeführt wird, falls das Rotpunkt ausfällt, um das halt wieder noch nutzen zu können mit dem Ironside. Ja, warum ist das Bild noch mit drin? Wir wollen ja heute gar nicht uns die Amerikaner angucken. Wie schon vorhin erwähnt, hier vorne liegen noch zwei Angehörige des KSK. Auch hier wieder schön zu sehen die Mittelweste. Vom Aufbau her würde ich sagen, dass es auch das britisches Modell ist. Und auch hier sehen wir wieder eine helle Kapuze vom Gruppenversuchs-AK. Die gucken gerade hier hinten, hier hat die Explosion stattgefunden, wo die ganzen Fundsachen gesprengt wurden. Hier nochmal ein Bild aus dem Innenhof. Wir sehen nochmal ein paar Waffen. Hier liegt nochmal ein G36, was wir jetzt hier gesehen haben. Abgetarnte Waffen. Hier ganz normal in schwarz. Und zwar ist hier hinten auch wieder der Kamerad, der hier das glützt. Deswegen könnte ich das, würde ich sagen, dass es vielleicht sogar der EOD ist. Wir sehen wieder die Kampfbüdelweste. Warum ich das Bild noch mit reingemacht habe, wir haben hier noch was, das wir jetzt noch nicht so gesehen haben. Und zwar liegt hier ein Werkhaus-Daypack, auch damals schon mit dem Einsatz. Und hier oben haben wir den Standard-Springerhelm mit Lucy-Montage. Also mit der Helmhalterung vom Lucy-Nacht-Sichtgerät. Hier noch ein Bild von einer späteren Operation. Was ich hier ganz schön finde, ist, dass man Teile bzw. den Großteil der einzelnen Wuctis-Ausstattung sieht. Das kommt mit seiner Kräftes aus der Zeit. Und zwar haben wir hier den Anzug und auch noch Gamaschen. Und hier hinten nochmal die Wintermütze bzw. die Sturmhaube da nochmal aufgerollt sein. Weiß man nicht genau. Sieht man auch sehr selten. Was noch interessant ist, wir haben hier, und das ist ganz klar zu erkennen, die Magdys-Assault-Weste. Sehr wahrscheinlich in Flecktarn. Sieht ein bisschen dunkler aus als die Version DPM könnte aber auch natürlich DPM sein. Hier hinten auch ein paar Heels zu sehen und eben eine lokale Miliz. Hier vorne sehr stylisch angezogen auf jeden Fall die ganzen Typen. Dann hier können wir erkennen, auch hier wieder ein 4-2-Commando-Chest-Rake. Hier hinten noch eine Kampf-Mittel-Weste. Hier wird dann ein bisschen nur Jacke gezogen, normale Flecktarnhose und die Gamaschen. Und hier liegen wieder Rucksäcke. Das hier drüben mit der großen Seitentasche könnte auch durchaus ein Berghaus-Vultan sein. Das wird aber jetzt nicht super zu erkennen. Deswegen, wie immer, ich den gerne sage, Spekulation. Hier noch ein weiteres Bild von dem Gehöft von gerade eben. Da kommt man ja schon die Flagge sehen. Hier haben wir Navy Seal. Ganz normale M4A1 mit M203-Granatwerfer, Schalldämpfer, oben Trijicon, Redbot und hier noch irgendwie eine Lampe oder Laser. Und hier der KfK-Soldat mit der Arctis-Weste, den wir gerade schon gesehen haben. Dazu noch ein afghanischer Begleiter und das G36K. Dann haben wir noch ein Bild, was mal in deren veröffentlicht wurde. Zwar ist hier auch beschrieben, dass es sich hier darum handeln soll. KSK-Soldaten warten auf die Abholung mit dem Hubschrauber. Was haben wir hier? Hier sehen wir nochmal sehr schön die Gore-Tex-Jacke und die Gore-Tex-Hose im Wüstentarn. Hier die Mütze, Ufex-Schnee- und Staubschutzbrille. Hier die kurze EOTech überall noch zu sehen. Und hier nehme ich nochmal, habe ich es mit reingenommen, das Retten und Befreien Chestrick bei diesem Kameraden. Hier noch die Rucksäcke mit Schneeüberzug. Hier einmal ohne Sitzen drauf und warten, dass die Hubschrauber kommen. Hier ist noch ein Bild, recht schlechte Qualität, auch aus dem Zeitraum. Hier sehen wir noch ein paar Seals. Blackhawk-Maschinengewehr-Tasche. Aber hier vorne wieder die Verbindung von Wüstentarn, Werkhaus, Daybag, also Munro, die Schneehose, auch so ein Gore-Tex wahrscheinlich. Hier drüben ein weiterer Kamerad, der dazu noch die Kampfmittelweste trägt. Sehr wahrscheinlich die dienstlich gelieferte vorne mit dem Plastik-Schnellverschluss und noch andere, die rund weiter vorne sind. Dann haben wir noch eine schöne Aufnahme. Hier oben sind wir wahrscheinlich auch noch Seals zu sehen. Sieht nicht nach Flecktarn aus, aber hier vorne sehr schön die Rückansicht. Normale Multifunktionsweste, Kampfmittelweste KSK und eins schön mit Schlemmkreide abgetarnter aus Daypack. Auch hier vorne hier zu sehen Chris Osman, der Gründer von Tag, Tactical Assault Gear, der auch ein Buch geschrieben hat mit mir Ramiar und zwar über die Navy Seals, wo auch ein Bericht über Pratagar und die Bilder abgedruckt sind, habe ich dort auch das erste Mal gesehen. Ein weiterer Artikel ist noch im Comando Missions Magazin Afghanistan Teil 1, der ist auch sehr umfangreich. auch mit vielen Bildern und hier sehen wir nochmal schön der Mix von Wüstentarn mit den Gortex-Gamaschen, auch hier nochmal ein bisschen mit Wüstentarn-Gamaschen und aber wieder die Gortex-Jacke drüber. Sieht man ja auch nicht so häufig. Ja, das war es gerade, merke ich, für heute mit dem ersten Satz an Bildern. Ich hoffe, es hat jetzt erstmal gereicht und dann nehmen wir uns beim nächsten Mal auf die nächsten Bilder vom KSK aus dem Jahr vor und da sehen wir dann auch schon den KSK Smog wie ich erzahlt von Oss. Ich bedanke mich wieder einmal fürs Zusehen, seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns bis bald. Tschau. Tschau.